Dickes Rohr, Starship Super Heavy V3-Rohre enthüllt, radikales Redesign für die mächtigste Rakete der Welt. Unbekanntes Flugobjekt, SpaceX startet mysteriöses Objekt bei einem Test. Indien gibt grünes Licht für Starlink, potenziell 1,5 Milliarden neue Kunden für Elon Musk. Shuttle-Raub, Discovery soll nach Texas, Trump unterschreibt Gesetz für Discovery-Umzug. ESA trifft Vorauswahl für den nächsten Startanbieter, ESA und RFA sind im Rennen, entscheidet sich Deutschland bald für nur ein Team. Und die NASA bekommt Reality-Star als Chef. Wie gefährlich wird Trumps Sparkurs für die Raumfahrt? Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Diese Woche rollte ein gigantisches Bauteil aus der SpaceX-Fabrik in die Mega B1. Die Form, die Größe, die gesamte Struktur, alles neu haben wir bisher so noch nicht gesehen. Zwei Tage später bestätigte SpaceX selbst, das gezeigte Bauteil ist das neu konstruierte Treibstofftransferrohr für den ersten Booster der Block 3-Generation. Und die Dimensionen dieses einzelnen Bauteils, die sprechen für sich in etwa so groß wie die gesamte R-Stufe einer Falcon 9. Genauere Daten habe ich nicht, aber unser Pixelzähler Patrick sagt, etwas über drei Meter im Durchmesser müsste es sein. Die Funktion des Rohrs, es leitet das kryogene Methan aus dem oberen Super Heavy Methantank durch den Sauerstofftank zu den 33 Raptor-Triebwerken. Der SpaceX-Firmenchef sagt, es sei eher ein kombiniertes Hochtankrohr als ein reines Transferrohr. Laut SpaceX soll das neue Design nicht nur stabiler und zuverlässiger sein, sondern auch größere Treibstoffströme ermöglichen. Das wiederum könnte den simultanen Triebwerkstart und optimierte Flipmanöver erlauben, was die Nutzlast der Rakete dann weiter steigern soll. Auch abseits dieser Hardware-Neuheit tut sich einiges an der Starbase. Alle Hold-Down-Clamps am ersten Starttisch wurden entfernt. In der Community war zunächst unklar, ob es sich dabei um Standardwartung handelt oder um eine tiefgreifende Modifikation. Das Starship-Oberstufentestgestell soll direkt auf den Starttisch montiert werden. Jetzt wurde beobachtet, dass sämtliche Klammern demontiert wurden, offenbar als Vorbereitung auf die neue Integration. Der Abbau der Halteklammern sorgt für Diskussionen in der Community. Besonders die empfindlichen Raptor-Quick-Disconnect-Verbindungen, über die die Treibstoff- und Datenleitungen zwischen Booster und der Bodeninfrastruktur verlaufen, benötigt ja eigentlich umfassenden Schutz. Ich stelle einfach mal die Überlegung in den Raum, ob SpaceX vielleicht plant, zeitnah Pad B in Betrieb zu nehmen und ob Pad A dann für das Testen von Chips und auch das spätere Fangen der Chips verwendet werden soll und dementsprechend keine Startinfrastruktur für Super Heavy mehr benötigt, beziehungsweise perspektivisch ja eh mittelfristig auf das neue Pad-Design umgerüstet wird. Was denkt ihr? Schreibt mir und den anderen gern unter dem Video. Die Kameras von NASA Spaceflight haben diese Woche ein rätselhaftes Ereignis auf dem Triebwerkstestgelände in McGregor beobachtet. Während eines Tests scheint ein Tank mit hoher Geschwindigkeit in die Luft geschossen zu sein, begleitet von einer gewaltigen Gaswolke. Sekunden später stürzte das Teil unkontrolliert zurück zur Erde. Ob es sich um einen geplanten Test handelte oder nicht, das ließ SpaceX bisher offen. Es kann sein, dass dieser Test mit dem Versagen von Chip 36 zusammenhängt. Da soll ja ein COPV, also ein Carbon Overwrap Pressure Vessel, ein Kohlefaser umwickelter Tank, versagt haben. Also vielleicht war das ein Test eines Tanks auf Zerstörung. Vielen Dank an die Kollegen von NASA Spaceflight und die hochaufmerksame Community. Ja, was Flugtests angeht, scheint das Starship noch nicht bei alter Stärke zu sein. Aktuell haben wir ja eine kleine Zwangspause. Das Starship-System soll ja unter anderem den massiven Ausbau des Starlink-Internets ermöglichen. Eine letzte Bastion ist nun gefallen. Indien hat Starlink nun offiziell grünes Licht gegeben. Jetzt, am 9. Juli, erteilte die indische Behörde Indian National Space Promotion and Authorization Center, kurz InSpace, dem Satelliten-Internet-Dienst von SpaceX, die Lizenz, sein System im Land zu betreiben. Vorerst für fünf Jahre. Damit ist Starlink nach Eutelsat OneWeb und JISU-SES der dritte große Leo-Internet-Anbieter auf dem indischen Markt. Indien mit seinen rund 1,5 Milliarden Einwohnern ist ein Riesenmarkt. Laut Data Reportel nutzen zu Beginn des Jahres 2025 etwa 800 Millionen Menschen in Indien das Internet. Das entspricht 55 Prozent der Gesamtbevölkerung. Doch bevor die ersten Nutzer in Indien mit Starlink online gehen, können bleiben zentrale Hürden. Die Zuteilung von Funkspektren durch das Telekommunikationsministerium in Indien steht noch aus und eine politische Debatte um die Preisgestaltung, die verzögert die Entscheidung. Brancheninsider rechnen aber noch damit, dass der kommerzielle Start spätestens Ende 2025 erfolgt. Endlich zurück in Hamburg und endlich wieder mit meinem selbstgebauten Maragoni-Kajak auf der Alzen unterwegs. Mein ganzer stolzen Boot aus Holz. Genau dafür sind sie gemacht. Die Wood Sneaker Slip-On von Gießwein. Luftig, leicht, angenehm, kühlend und im Handumdrehen angezogen. Genau der Komfort, den ich brauche, wenn es schnell aufs Wasser gehen soll. Die temperaturregulierende Eukalyptusfaser sorgt selbst an heißen Tagen für ein frisches Fußklima. Die flexible weiße Sohle, die macht jeden Schritt an Land federleicht und gibt mir auch Halt auf dem nassen Steg oder Teak-Deck von einem Dickschiff. Wood Sneaker Slip-On barfuß leicht, natürlich nachhaltig. Einfach Gießwein. Mit meinem Link und meinem Code MORITZ bekommst du wieder 20% auf das gesamte Sortiment. Ich habe den Slip-On in Sandmelee, aber auch das Ocean Blue passt perfekt zum maritimen Look und ist fürs Segeln oder den Nachmittag am Wasser super schick. Dank Easy-Fit-System mit elastischem Rippstrick an der Ferse geht das an- und ausziehen wie von selbst. Ideal für spontane Ausflüge und super praktisch, wenn die Füße schnell ins Wasser gehängt werden wollen. Die atmungsaktive Naturfaser, das geschmeidige Gestrick und die sportlich elegante Silhouette machen den Wood Sneaker Slip-On zu meinem Lieblingsbegleiter für Ausflieger ins Blau. Der Wood Sneaker Slip-On ist sogar noch bis zum 15.07. extra rabattiert und zusammen mit meinem Code MORITZ kann man so insgesamt 36% sparen. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche. Eine Falcon 9 ist am 8. Juli vom SEC 40 in der Cape Canaveral Space Force Station abgehoben. Die brachte eine weitere Ladung Starlink-Satelliten ins All. Am Samstag, 12. Juli, ist von der Wellops Flight Facility in Virginia eine Elektronrakete von Rocket Lab gestartet. Die Mission Jake 4 war ein suborbitaler Testflug, bei dem neue Technologien für Hyperschallforschung demonstriert wurde. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte vor wenigen Stunden genauer um 6.31 Uhr noch eine Falcon 9 gestartet sein. Vom SEC 40 in Florida, da startet dann der lokale israelische Kommunikationsathlete DROR1. Der geht in den Geo. Die ESA hat fünf Startups in die nächste Runde ihrer European Launcher Challenge aufgenommen. Darunter mit ESA Aerospace und Rocket Factory Augsburg gleich zwei deutsche Firmen. Ausgewählt wurden außerdem Maya Space aus Frankreich, eine Tochter der Ariana Group, PLD Space aus Spanien und Orbex im Vereinigten Königreich. Ziel der Initiative ist das Fördern von kommerziellen Trägerraketen für ESA-Missionen. Die Missionen würden dann zwischen 2026 und 2030 liegen. Jeder der fünf Kandidaten kann über zwei Programme bis zu 169 Millionen Euro erhalten. In der nächsten Phase verhandeln dann die Unternehmen mit ihren jeweiligen Mitgliedstaaten, die am Jahresende beim ESA-Ministerrat entscheiden, welche Projekte sie unterstützen. Für Deutschland bedeutet das, ja, beide Firmen fördern oder eine auswählen. Während ESA bereits einen kurzen Testflug mit Explosionen hinter sich hat, arbeitet RFA nach der Explosion auf dem Teststand an der Hardware für den ersten Flugversuch. Was denkt denn ihr? Sollte Deutschland beide Firmen unterstützen oder alles auf eine Karte setzen? Die nächste Mission der NASA zur ISS wird die Crew-11. Wie die NASA und SpaceX nun ankündigen, wird sie frühestens am 31. Juli starten. Pilot von Crew-11 wird der ursprünglich auf Boeing Starliner trainierte Mike Finke. Eigentlich sollte die Crew-Rotation der NASA auf der ISS ja zwischen SpaceX und Boeing aufgeteilt werden. Da der Starliner mit massiven technischen Problemen aber immer noch nicht einsatzbereit ist, führt allein SpaceX die Flüge durch. Die Rückkehr des Boeing-Raumschiffs Starliner verzögert sich nun erneut. NASA-Offizielle sprechen von einer starken Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Test ohne Crew abläuft. Zwar war der Boeing Starliner nach dem Flug von Budge & Sonny, die sind ja dann aber mit Crew-Dank zurückgekehrt, heil in den USA gelandet und technisch galt die Kapsel als crewfähig. Doch Antriebsprobleme und Helium-Lex zwangen Boeing zu weiteren Bodentests. NASA und Boeing haben den Großteil der technischen Anomalien aus dem Crew-Flight-Test 2024 analysiert. Jetzt sollen die kritischen Systeme belastbar geprüft werden. Ein Flug ohne Crew gegen Ende 2025 oder Anfang 2026 gilt als wahrscheinlich. Wenn alle Systeme nach diesem Flug grünes Licht bekommen, wäre zeitnah auch ein Crew-Flug für die NASA denkbar. Die vierte kommerzielle Mission des US-Raumfahrtunternehmens Axiom nähert sich dem Ende und die internationale Crew unter Leitung der ehemaligen NASA-Astronauten Peggy Whitson hat in den letzten Tagen noch einmal richtig aufgedreht. In der Mikrogravitation der ISS erforschten sie unter anderem die biochemische Aktivität von Cyanobakterien und das Potenzial von Mikroalgen für zukünftige Nahrungsmittelproduktionen im All. Ergänzt wurden die Studien durch Experimente zur räumlichen Orientierung, zur Auswirkung von Sperolosigkeit auf Augenbewegung, Koordination, Umweltwahrnehmung und das Herz-Kreislauf-System. Der Rückflug steht nun kurz bevor. Angepeilt ist aktuell der kommende Montag, 14. Juli. Das Abdocken der Crew-Dragon und der anschließende Splashdown im Pazifik, die hängen wie üblich vom Wetter in den Landezonen ab. Sollte das Zeitfenster passen, endet die rund zweiwöchige Mission der Axiom-IV-Crew dann in wenigen Tagen. Bereits sicher mit dem Crew-Dragon zur Erde zurückgekehrt ist der ehemalige Yaksa-Astronaut Koichi Wakata. Koichi ist mittlerweile hauseigener Axiom-Astronaut. Er ist nun der erste Mensch, der den AX-EMU, das heißt den Raumanzug der nächsten Generation, im Neutral Buoyancy Laboratory der NASA getestet hat. Der Mondanzug, der wird von Axiom für die NASA entwickelt, die die Benutzung dann im Atmos-Programm als Service einkaufen möchte. Bei der politischen Unsicherheit in den USA und dem Kahlschlag bei der NASA, vielleicht ganz praktisch, der neue AX-EMU, der hat rote Streifen. Also kann Axiom den Anzug auch bestimmt gut in China vermarkten. Ironie aus. Apropos Mond, während der Countdown für Atmos 2 weiterläuft, richtet sich der Fokus der Crew derzeit auf eine ungewöhnliche Disziplin, Mondgeologie. In der vergangenen Woche, da trainierte die Crew intensiv, wie sie aus dem Fenster der Orion-Kapsel geologische Besonderheiten auf der Mondoberfläche identifizieren kann. Dabei geht es nicht nur um spektakuläre Bilder, sondern um wissenschaftlich verwertbare Beobachtungen, etwa Hinweise auf ehemalige vulkanische Aktivität, Einschlagskrater oder tektonische Strukturen. Die Astronauten, die lernen, wie sich solche Merkmale mit bloßem Auge unterscheiden lassen und welche Rückschlüsse sie auf die geologische Geschichte des Mondes zulassen. Dieses Training, das ist kein Selbstzweck. Die NASA will damit sicherstellen, dass bereits Atmos 2 entscheidende Hinweise für spätere Landemissionen liefert. Die visuelle Exploration aus der Umlaufbahn könnte helfen, neue Ziele für Atmos 3 und 4 präziser auszuwählen. Haben wir uns ja live zusammen angesehen, die NASA-Sonde DART, die traf ja 2022 den Asteroidenmond Dimorphos, und zwar punktgenau, und die sollte die Verteidigung vor Asteroiden testen. Eine neue Studie, die zeigt, der Aufprall, der schleuderte über 100 Gesteinsbrocken ins All. Das geschah aber nicht beliebig, sondern der Auswurf konnte in zwei Gruppen mit ähnlicher Orientierung sortiert werden. Offenbar traf DART beim Einschlag zwei große Brocken in der Struktur des Asteroiden, die sich dann wie Billardkugeln verhielten. Das könnte die Bewegung des Asteroiden unkontrolliert verändert haben. Für Asteroidenabwehrmissionen ist das ein Problem. Wenn ein Himmelskörper nicht exakt berechnet werden kann oder die Ablenkung berechnet werden kann, dann könnte eine künftige Mission ihr Ziel verfehlen, die Erde zu verteidigen. Die Esel-Sonde Hera wird die Morphos 2026 erreichen und soll dann klären, wie groß der Effekt wirklich war. Ich hatte vorletzte Woche berichtet, dass der nächste New Glenn Start vorbereitet wird. Wie Ars Technica schreibt, wobei sie sich auf Insider berufen, soll es doch mit der zweiten New Glenn zum Mars gehen. Die NASA Mission Escapade, die wird mit zwei kleinen von Rocket Lab gebauten Satelliten das Magnetfeld vom Roten Planeten erforschen. In der Öffentlichkeit hält sich Blue Origin mit Details zurück. Doch als frühester Starttermin galt bislang der 15. August. Der ist wohl nun vom Tisch. Realistisch seien Startfenster zwischen Mitte September und November. So die Ars Technica Quellen. Die Umstrukturierung der NASA geht weiter. US-Präsident Trump hat überraschend den amtierenden Verkehrsminister Sean Duffy zum Interim-Chef der NASA ernannt. Die Personalie, die sorgt für Aufsehen. Duffy ist wohl in den USA aus einer Reality-Show bekannt und war früher republikanischer Abgeordneter. Offiziell lobt Trump Duffys Führungsqualität und seine Infrastrukturarbeit. Inoffiziell gilt er als Vertrauter mit direkten Zugang zum Präsidenten. Ein Machtfaktor, der für die NASA im aktuellen Haushaltsstreit nützlich sein könnte. Es droht wohl eine harte Umsetzung des von Trump angestrebten Sparkurses bei der NASA, der vor allem wissenschaftliche Programme und die Deep Space Exploration treffen könnte. Apropos amerikanische Raumfahrtpolitik. Ein politischer Streit um das Space Shuttle Discovery eskaliert gerade. Zwei texanische Senatoren, die wollen das Museumsstück aus dem Smithsonian Museum in Virginia nach Houston bringen. Präsident Trump hat den Bring the Space Shuttle Home Act bereits unterzeichnet. Discovery gehört eigentlich offiziell dem Smithsonian, seit die NASA 2012 sämtliche Rechte übertragen hat. Ob das Shuttle wirklich umzieht, das bleibt offen. Ein Space Shuttle und eine Saturn V aus nächster Nähe filmen können. Das und vielmehr verdankt senkrecht Starter den Schutzengeln. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monitor unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv dazu beitragen willst, Raumfahrtbegeisterung im deutschsprachigen Raum zu verbreiten, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Vielen Dank. Werfen wir zum Schluss noch fix einen Blick auf die nächste Woche. Hier die geplanten Starts im Schnelldurchgang. Am Montag, 14. Juli, da startet von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien eine Falcon 9 mit Starlinks. Ebenfalls am Montag, da startet in China eine lange Marsch 7 vom Weltraumbahnhof Wingcheng. An Bord befindet sich das Versorgungsraumschiff Tianzhu 9, das Nachschub zur chinesischen Raumstation Tiangong bringen soll. Am Dienstag, 15. Juli, da steht in Australien vielleicht ein besonderer Premierenstart an. Gilmore Space könnte erstmals seine ERIS-Rakete vom Bone Orbiter Spaceport aus testen. Das ist der erste Orbital-Startversuch mit eigener Rakete für Australien. Am Mittwoch, 16. Juli, da bringt eine Falcon 9 von Cape Canaveral Projekt Kuiper-Satelliten für Amazon ins All. Den Abschluss der Woche, den bildet voraussichtlich dann ein weiterer Starlink-Start von SpaceX am Donnerstag, 17. Juli. Hier noch schnell der Hinweis auf den Schuhspezialisten aus Österreich mit meinem Link und Code Moritz. Bekommst du wieder 20% auf das gesamte Gießleinsortiment. Findest du auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Falls du es noch nicht gemacht hast, guter Zeitpunkt für ein Abo. Wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video und denk dran, immer schön senkreich bleiben. Dein Mo.